Hallo, hier ist das Supportnet aus Berlin, mein Name ist Jakob und wir beschäftigen uns heute aus gegebenem Anlass nochmal mit der Affäre um Bundespräsident Christian Wulff. Der steht ja seit Wochen in der Kritik wegen Privatkrediten und möglichen anderen Vorteilen, die er angenommen hat und worum es heute geht, das ist darum, ist denn der Wulff nicht vielleicht schon im Internet gefangen? Denn er hatte ja am 4. Januar ein sehr interessantes Interview gegeben in ARD und ZDF, nachdem schon viele Fragen laut geworden sind und was hat er damals gesagt? Hören wir mal kurz rein. Dann kann ich nur sagen, ich gebe Ihnen gerne die 400 Fragen und 400 Antworten. Da ist jetzt etwas, was einen dann innerlich auch nach solchen drei Wochen irgendwo frei macht, dass man sagt, also jetzt ist wirklich alles von innen nach oben und umgekehrt gewendet. Ja, also so hat sich der Herr Bundespräsident damals geäußert am 4. Januar. Es wurde damals erwartet, dass er innerhalb weniger Tage dann auch die Antworten ins Internet stellt. In Wirklichkeit hat das aber zwei Wochen gedauert und seit gestern haben also seine Anwälte unter der Webadresse pdf.redecker.de die Fragen und die Antworten ins Internet gestellt. Allerdings nicht vollständig, da einige Medien ihr Urheberrecht geltend gemacht haben und nicht wollten, dass ihre Fragen ins Internet gestellt wurden. Dort fehlen also auch die Antworten. Aber Bild, Stuttgarter Zeitung, Süddeutsche, Rheinische Post, Financial Times, die DuMont, Redaktionsgemeinschaft und so weiter haben gesagt, es ist in Ordnung, wenn unsere Fragen und die jeweiligen Antworten ins Internet gestellt werden. Man kann also hier drei verschiedene PDFs herunterladen, um dieses ganze Material zu lesen. Ich habe hier mal den Teil Nummer 3 heruntergeladen und da sehen wir schon, es sind also bestimmte Sachen immer noch geschwärzt und es werden sehr genaue Fragen gestellt und auch relativ genaue Antworten gegeben. Ja, zum Beispiel zu dem Geldmarktkredit. Die BW-Bank sagt, der Kredit sei von Anfang an voll besichert gewesen. In welcher Form und so weiter. Und hier kommen etwas weiter unten auch Antworten. Ja, rollierender Geldmarktkredit, Zwischenfinanzierung, Zinssatz. Also es gibt jede Menge Material mittlerweile. Hier in diesem Fall also drei riesengroße PDFs mit sehr, sehr vielen Fragen und Antworten. Da werden heute vermutlich die Redaktionen das Material sehr genau durchgehen, um herauszufinden, welche Fragen noch zu stellen sind und ob sich vielleicht in den Antworten auch Widersprüche ergeben. Man kann das eigentlich auch ganz schön am Beispiel der Wolf Plug sehen. Die haben wir ja schon vorgestellt, aber zu dem Zeitpunkt gab es erst 33 Seiten in diesem Wiki. Mittlerweile sind es also schon 49 Seiten, auf denen die Vorwürfe gegen den Bundespräsidenten dokumentiert werden und auch die Antworten, die er über seine Anwälte gegeben haben. Es geht auch um Wolfs Umfeld und was ich ja wie gesagt besonders interessant finde, ist es auch gelungen, mehr oder weniger diesen ominösen Anruf bei Bildschiff, Redakteur Diekmein zu dokumentieren. Das ist also die eine Seite der Bundespräsident im Internet, wo sehr journalistisch gearbeitet wird und dadurch dem Bürger die Möglichkeit gegeben werden soll, die Vorwürfe, die Affäre selbst besser zu beurteilen. Die andere Seite, die der Bundespräsident im Internet derzeit erleben muss, ist ganz klar Spott und Höhne. Selbst die Bild-Zeitung macht da mittlerweile mit, hat hier also Fotomontagen herausgefunden, zeigt Videos aus der Harald-Schmidt-Show und von anderen Kabarettisten. Hier ein Witz, den sich die FAZ geleistet hat, ein Filmplakat kreiert. Werbetreibende wollen da mittlerweile mitmischen. Günstige Mietwagen gibt es bei Sixt und Spaß kann man auch ohne reiche Freunde haben, sagt da der Autovermieter. Der Entenkurier beschäftigt sich mit der Affäre und natürlich auch das Satire-Magazin Titanic. Gibt man mal ein im Internet, Internet-Wolf-Spott, dann findet man also mittlerweile sieben Millionen Pfundstücke dazu und wir sehen hier auch auf Anhieb, selbst auf der zehnten Internetseite geht es also immer noch nur um die aktuelle Affäre. Da sind keine Namensgleichheiten mit anderen Prominenten zu sehen. Also der Bundespräsident muss da wirklich erleben, was für ein sogenannter Shitstorm sich im Internet schnell entwickeln kann und diese Sachen, die werden auch noch lange im Internet stehen bleiben, denn das vergisst ja bekanntlich nichts. Was ich persönlich mich wirklich zum Lächeln gebracht hat, ist der Postillon hier vermeldet beispielsweise, das Amt des Bundespräsidenten tritt von Christian Wulff zurück, schon am 4. Januar, also an jedem Tag, als Christian Wulff dieses bemerkenswerte Interview im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gegeben hat oder auch einen Tag vorher, Wulff spricht 82 Millionen Deutschen auf die Mailbox, um Gerede zu unterbinden. Im Newstext zu diesem Video findet ihr all die Links und danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!